Das ist der Monats-Moritz. Monats-Moritz. Hi und herzlich willkommen zu Monats-Moritz mit den aktuellsten Themen aus Greifswald für den Monat mal. Was ist bloß beim FSR-Geschichte los? Dieser ist Mitte des Monats gesammelt zurückgetreten und veröffentlichte auf einem inoffiziellen Instagram-Account ein Statement. In dem Text erhebt der FSR Vorwürfe gegen diverse Stellen der Universität. Man spricht von einer zu hohen psychischen Belastung, die auch aufgrund von Vorwürfen gegen den FSR-Geschichte bestehen würden. In einem Artikel des Web-Moritz ist die gesamte Situation dargestellt. Folglich bleibt nur noch die nächste Stupa-Sitzung abzuwarten, bei der das ganze Thema nochmal aufgerollt wird. So nah, aber knapp verfehlt. Unser Greifswald der FC war kurz davor, in die dritte Liga aufzusteigen. Nach einer phänomenalen Saison siegte der Verein im letzten Spiel mit 4 zu 1 gegen den ZFC Mäusewitz. Zeitgleich siegte allerdings auch Energie Cottbus in Berlin in einem Spiel und stieg somit als Meister auf. Der Stimmung schadete dies allerdings nicht. Die GFC-Fans feierten jedes Tor. Nur für die dritte Liga hat es diesmal nicht gereicht. In der langen Straße tut sich einiges. Viele neue Läden machen auf und in diesem Monat eröffnete ein futuristisch anmutender Automaten-Store. In dem Geschäft Herr Anton, einer Kette, welchen auch in Greifswald vertreten ist, stehen mehrere solche Automaten bereit. Diese sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche nutzbar. Einer Schoki um 4 Uhr morgens steht nun also zukünftig nichts mehr im Weg. Wow! Jetzt be möchten wir wieder an einen Moment im Moment. In diesem Bereich